so jetzt schon wieder abenteuerlich hier war das schon die ganze zeit halt immer noch die dose, das war so teuer hier gibt es auch kein müllei machen ich will das nicht wegwerfen aber irgendwie will ich die auch gar nicht loslassen 5 euro scheiße mein rechtes knie fängt an weh zu tun 15 km ich habe mir gar ein paar tabletten eingeworfen da war ein bisschen da war es so ich habe mir das ich habe mir das hier 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 das ist Pamplona bitch rein hinter der nächsten zonne erst ganz zunge Bitte nicht. Au. Scheiße. Ich habe vergessen. Da müsste es doch aber sein. Das ist echt ziemlich lang. Scheiße. Ah. Wow. Das sieht ja mal geil aus hier. Aber ich glaube ich schaffe das nicht mehr zum Bus. Dann muss ich ein Taxi nehmen. Hauf. Das kann ich mir gar nicht leisten. Scheiße. Junge, Junge. Und der Weg wird immer krasser. Obwohl. Geht. Heute springe ich nicht mehr rein. Denn scheint zwar die Sonne noch. Bis ich da bin. Ich muss ja noch zur Bushaltestelle kommen. Sie ist nicht am Strand. Oh shit. Oh shit. Das ist doch schon ziemlich heftig. Das ist doch schon ziemlich heftig. Ich bin zwar in Löning auch schon gegangen. Aber nicht so ein Weg. Oh. 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 Wow. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Stufen. Aber die sind auch nicht in den Staten gekommen. Oh fuck. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es war nicht da. das geht noch besser hinten ich lege mich irgendwo am strand und pennen einfach und gehe morgen zurück mit dem supermarkt wo ich was zu essen kaufen kann gleich rematuell auch wenn es teuer ist den ton schneide ich nachher raus ich beklau mich ja nur noch das kniet tut echt weh ich pause machen könnte es geht jetzt nicht mehr nicht meine dose hätten hier oben mal den müll einstellen können es geht die ganze zeit rauf und runter aber hier ist schon recht steuer jetzt schaffe ich gar nicht mehr eine stunde ich weiß nicht genau wann der fährt der jünger ist mit 20 Uhr wenn 20 Uhr nachfährt vielleicht noch eine stunde und der scheiß Knie jetzt boi fuck ich kann schon die Bonzen riechen sieh doch schon den ersten runden kam vielleicht schaffe ich es doch aber das darf jetzt nicht noch schlimmer werden scheiße das ist nicht gut ich mache mal Pause kurz drohe es ist es es Vielen Dank.